Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video Also der Imperator Simulator, ich hänge fest, sorry, nein, Tilt War, äh, Tilt War, was ist denn, wo werde ich denn hier, hä, wo werde ich denn hier in die Ecke respawnen, ich komme doch gar nicht raus Ah, okay, ich komme raus, okay, die Ansicht ist immer noch ein bisschen eklig, ähm, wie war das denn mit den Spawnen, ah, okay, okay, wir können ein bisschen Leute spawnen, jau, wir legen gleich los Ein Maximum, ich habe kein Gold mehr, oder ne, Maximum an Leuten, super, und jetzt Angriff, wo müssen wir eigentlich hin Okay, da kloppen sich welche, da gehen wir nicht hin, doch, da gehen wir hin, es gibt nur drei Punkte, ist ja eine easy Karte Äh, habe ich gesagt, hallo, wenn ihr jetzt willkommen hier auf meinem Kanal, ob wir können, wenn es will, lasst ein Abo da, like die Video, schreibt es in die Kommentare und aktiviert die Glocke Ich habe die noch nicht eingenommen, sehr schön, wir mischen uns mal ein bisschen ein Ich habe die Steuerung vergessen, aber ist kein Problem, kriegen wir hin So, wir müssen leider an einen der Basis lang greifen, ist ja eine kleine easy Karte Okay, ich würde sagen, können wir da irgendwas schon tunen, wie war das, ah, okay, ähm, maximal, 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 Koster Äh, yo, dann gehen wir hier drauf, äh, den Standartenpräger, können wir noch was, ne, nicht mal nicht Und ich muss natürlich wieder hier mit arbeiten, äh, da 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 da, voll Maximum Und Angriff Ich weiß gar nicht mehr, wie das geht, aber ist okay Los, los, raus Och du Scheiße, die kommen aus beiden Richtungen Und, 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 nach, nach, nach Spawn, nach Spawn, nach Spawn, nach Spawn, los Ach du Kacke Ja gut, wir haben jetzt kein Gold mehr Aber wir haben den besseren Punkt Kann ich nach Spawn, nach Spawn? Ja, nein, doch, ja Und immer drauf, immer drauf Okay, wir haben den Punkt Aber ich komme mit der Ansicht nicht klar, sorry für euch Ich glaube, ihr seid kotzübel bei meinen Spielweisen Und jetzt gehen wir da rauf Oh, mehr Gold, kein Problem Die werden uns den Punkt gleich wieder wegschnappen Oder unsere Barst angreifen Jetzt haben wir das meiste Gold, das ist geil Oh, oh, nein, nein, nein Ich weiß noch nicht, wie man ein Schild hochmacht Und Angriff Wenn wir zu viele Leute verlieren, müssen wir erstmal wieder weg Ja, oh, ich bin gestorben Toll Zum letzten Spawnpunkt, komm schon mal, mach schnell Das nervt mir den Spawnpunkt, ohne Scheiß Die Leute werden abgeschlachtet, ich kann nichts machen So, warum werde ich denn hier gespawnt? Ich war wieder in der Ecke, was soll denn das? Was zur Hölle hat das Spiel für ein Problem? Boah, ich habe keine Leute mehr Ach du Scheiße Wir haben den Punkt voll verloren Halt die uns an? Boah, ich komme wieder an sich nicht klar Okay, kommt rein Wir haben unseren Punkt verloren, nein Komm, macht auf Ich glaube, wir kriegen diesmal auch die Schnauze Das ist aber nicht gut Kann man eigentlich den Angriff befehlen? Ah, Missile ZV Ah, follow me Charges, das heißt Charges Halt heißt halten, okay Und Nachschub, Nachschub Und Attacke Ach du Scheiße Die haben den Punkt Ach du Kacke Greifen die anderen auch gleich an Was machen wir? Wir warten mal ganz kurz Wir brauchen ein bisschen mehr Geld Okay, wir greifen jetzt die an Sehr schön Ähm, wir brauchen noch ein bisschen was Was war das hier? Ich spawne hier Ich gehe immer mit Und danach kann ich erstmal nichts machen Scheiße Ich bin richtig gut in dem Spiel, oder? Der Witz ist, es macht mir sogar Spaß Ich brauche das Horn, um schneller einzunehmen Scheiße Klar, die sind jetzt auf den Angriff Marsch da Wir holen uns die Flagge wieder zurück Das ist alles hin und her Sehr schön Okidoki Ja, die fighten da Sollten wir jetzt dazwischen gehen? Die kommen zurück Wir bleiben hier Ähm Oh, der Misshalt Hab ich nicht, okay Charge ist Wenn ich jetzt das mit mir übersetzen würde Könnte ich damit auch das anfangen Aber die Karte ist zum Glück klein Es gibt nur ein paar Punkte Das Problem ist Ah Mit R kann ich sie attackieren lassen Sehr schön Oh, oh, scheiße Ich habe gleich wieder Boah, das ist so unfair, Alter Die sind genau gesandwiched, Alter Komm schon, ihr macht das Ihr macht das Komm schon Immer wieder rein Immer wieder rein Drauf da Das ist unser Wiesbord Wir haben nicht nur Cola Aber rein da Okay Können wir noch was bauen? Nö Wir haben zu wenig Ja, wir haben eine richtig scheiß Position Wir haben hier richtig schön gesandwiched Da kommen sie schon wieder Da kommen sie schon wieder Und da kommen sie Alter, das ist Barsche Ähm Ich würde sagen Wenn die jetzt rausrennen Rennen wir zu ihrer Pass Kommt, Jungs Wir müssen einen Punkt fest einnehmen Das ist nicht gut Vorsicht, wir fallen Kein Fallschaden Nicht gut Versuchen wir uns ihre Basis zu holen Wenn sie jetzt vielleicht mit den anderen da fighten Um unseren Punkt Und dann müssen wir uns wieder die Mitte holen Mal gucken, ob das funktioniert Für die Daumen Ich bin schon an dem Marschieren Aua, aua Ist noch keinen verloren So schön Die machen die Tore zu Ich brauche irgendwas, um die Tore einzureißen Nein Kann ich dauerher drücken? Ja, kann ich Nein, die Uli-Sporen sind schon wieder da Die haben auf die Schnauze bekommen Scheiße Wir verlieren Leute Ich muss da durch Ich muss da durch Ich lass mich durch Ich hab keinen Standartenträger, glaube ich Ich bin schon wieder tot Ach man Oh, jetzt werde ich hinten respawnen Warum werde ich hier hinten in der Ecke respawnen? Also nicht in derselben Aber warum? Boah, ey Dann kontrolliert die Steuerung Zu eklig Oh, Wiedernamen Ich hab alles verloren Ich hab den Witter am Punkt verloren Was soll das? Ey, ohne das zuzugeben Ich spiele auf easy Also, äh Wo ist mein Standartenträger? Die greifen uns schon wieder an Wollte ich mich verarschen So, 250 Okay Ah, kommt her Ihr seid in meiner Base Scheiße Oh ja Oh nein Die Orangenen haben übernommen Die Linern greifen uns an Schön, wir kicken jetzt die Linern raus Kein Problem Bleiben mal ganz elegant zurück Sporen als Leute nach Und greifen an Oh, immer schon Druck Immer Druck Ich hab hier eigentlich keinen Standartenträger Ich hab hier eigentlich keinen Standartenträger Okay Volle Angriffszahl Kein Gold Wir müssen jetzt die Lila einnehmen Kommt schon Die werden da respawned Nein, die andere Nehmen die Lila ein Ey, das gibt's nicht Okay, Lila greift an Der mittlere Punkt haben sie erstmal eingenommen Sehr schön Das ist die Fight Und wir holen uns den Punkt Kein Problem Ne, nicht funktioniert das Richtig Schild Fall Wir holen uns den Punkt Wir holen uns den Punkt Wir holen uns den Punkt Und dann holen wir uns die Leider ist das alles hin und her Es geht also um den Point Wir müssen eine Basis einnehmen Das ist gut Das ist wirklich ein cooles Spiel Und man denkt, ich spiele auf easy Und kriege gerade nur auf die Schnauze Okay, sie nehmen den Punkt an Die anderen werden gleich mit ihnen fighten Das tun sie schon Sehr schön Sehr schlecht Nervig, wenn man Tastatur und Maus spielen muss Und Controller Ich glaube, ich sollte Ich bin ja wirklich angewöhnt Ich bin durch Bin ich durchgeklitscht? Ach ja, ich bin durchgeklitscht Nein Ich bin durch die Tür geklitscht Leute, komm Amt schon Leute, komm Angriff Nein Was war das denn? Ich bin durch die Tür geklitscht und bin tot Ja super, wo ich hier immer wieder gespawnt werde Und ich habe alle meine Leute verloren So geht das Yo, wir holen uns jetzt mal ein bisschen mehr Das hier Das hier Kann ich noch nicht Kann ich noch nicht Kann ich noch nicht Okay, scheiße Ähm Kann ich auch mit irgendwie anders Okay, wir werden uns gleich wieder attackieren Sehr schön Ähm, also Angriff Also Angriff Wir verlieren irgendwie den Punkt in der Mitte Das ist sehr schön Ich werde den auch mal komplett ignorieren Oh, er hat auch meine Leute abgeschlachten Wir müssen reinkommen Wir müssen reinkommen Wir müssen reinkommen Ja, los, komm schon Leute Komm schon Zu mir Komm zu mir Wie rufe ich meine Leute zu mir Follow me F Yo, wir können den Punkt einnehmen Wir haben sie abgeschnitten Sie greifen meine Basis an Wollt mich warsch Sie greifen meine Base an Okay, sehr schön Wir tauschen einfach mal die Seiten Geile Sache So geht das Tauschen einfach mal die Seiten Jetzt versuchen wir uns einen Point zurückzuholen Ey, das gibt's doch nicht Wir haben einfach die Seiten getauscht Boah, das Spiel ist zwar cool Aber das nervt So, dann haben wir die Base getauscht Kein Problem Orange, geht doch mal da drauf Holt euch sie Wir müssen mal ein Horn holen Hier hat doch ein bisschen Kohle Das können wir mal an Schauen wir erst mal den Point zurück So Mit dem Point haben Haben wir zwei wieder Sehr schön Wir haben natürlich unsere Base verloren Ist ja kein Problem Wir haben eine neue Ich brauche Das Horn Wo war das Horn Was ist das Horn Das ist das Horn Ich glaube das hier Ja, wir nehmen mal das Äh, dann nehmen wir das Und das ist genau Genau, genau, genau Sehr schön Ich glaube genau das brauchen wir Sehr schön Ja, okay Jetzt greifen die uns an Und die anderen halten sich zurück Sehr schön Dann holen wir uns erstmal die Jungs da Und dann versuchen wir unseren Point zurückzuholen Kein Problem Es dauert ja nur eine Stunde Okay, kommt näher Kommt näher Sehr schön Los Bei die anderen sich einmischen Oh, die kommen auch schon Sehr schön Macht sie nieder Immer wieder nachproduzieren Gespawnt Hinterhalt, hinterhalt Ja, mein Horn Ja, mein Horn Weißte Los, los, los Solange wir noch Respawnen können Immer drauf Immer drauf Er ist eigentlich der schlechteste Punkt Den man hier haben kann Ich rück ganz schnell Oh Mann ey Wir verlieren vielleicht wieder den Punkt Ist doch okay Okay Ein bisschen was können wir holen Was war das hier? Blacktrip Protection Aura Ja, das nehmen wir mit Ich hab keine Ahnung Ich wollte nochmal eine Missiles haben Aber Wir müssen jetzt einfach noch Ein Point einnehmen Das geht nicht Komm, wir versuchen sie zu umgehen Vielleicht nehmen sie den Punkt Na los Attacke Ich geh mal Oh Na toll Ich wollte den Punkt doch gar nicht verhalten Ich wollte eigentlich an den Leuten dran vorbei Immer wieder drauf Wurde sie euch Ich hoffe die fighten jetzt mit den Lilan Okay Wir müssen da durch Komm schon Leute Los Immer schon drauf Immer schon drauf Immer schon drauf Los Wir müssen da rein Wurde sie mich freuen Los, 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 los Oh, Alter Mach doch mal der Scope Los, rein da Hierher Mir, mir Mir Mir, F Wir müssen erst den Punkt einnehmen Dann könnt ihr sie töten Okay, das ist unser Punkt Yo, wir haben zwei Base Das ist gut Hör auf, auf mich zu schießen Hab sie euch Okay Wir haben zwei Points Wir haben zwei Points Jetzt holen wir uns die Mitte Und dann sind die einen raus, glaube ich Okay Scheiße Wir wollen die Mitte Wir erschaffen das noch Und das ist in einer sehr guten Zeit Wir haben jetzt nur noch die Mitte zum Respawnen Die fighten da hinten mit den anderen Sehr schön Wir holen uns die Mitte Und dann haben wir sie Sehr schön Ganz lange hin und her Aber das ist nice Wir dürfen jetzt nicht hier Respawn Doch, tun sie Angriff, Angriff Ja, der Point gehört uns Wir haben sie Wir haben die Orangenen verdrängt Wo bleiben wir erst mal die Leute, Alter Ich fighte gerade mit einer Handvoll Leuten Okay, wir haben den Punkt Wir müssen nur noch die eine Mitte einnehmen Sehr schön Jetzt gucken, was wir alles kaufen können Was hier Ist das Horn Das habe ich jetzt erst Scheiße Nochmal Und los Wie aktiviere ich das Horn Okay, jetzt müssen wir direkt fighten Die fighten gerade mit den anderen Ist ihr Respawn Ist ihre Chance Wir haben noch insgesamt 17 Minuten Von 25 Wir gehen in den Punkt Ich versuche mal außen rum zu laufen Vielleicht bleiben die auch in ihrer Base Alter, wir haben noch 6 Minuten Für die ganze Scheiß Die werden natürlich auf uns jetzt gehen wollen Mal gucken, ob sie an uns vorbeilaufen Und sich einen Punkt holen Ja, ja, komm Ignoriert uns Ignoriert uns Ignoriert uns Ja, ja, komm Ja, Punkt ist wichtiger Natürlich Nice Okay, okay, okay Wir müssen jetzt schneller sein Das geht nicht Okay, easy win Easy win Sollen wir uns den schlechtesten Punkt abnehmen Wir haben ihre Base Wollt euch die Leute, los Mit der Base können sie jetzt nur eine von uns versuchen einzunehmen Und das versauen wir Haben sie nur noch den Punkt Den einzigen Punkt Kommt es doch an Wer hat mehr Gold Wir oder sie Ups Ich glaube, ich habe zweimal Misshals Macht ihr das wirklich? Wenn wir den Punkt haben, sind sie tot, oder? Wenn sie jetzt mit Base versuchen einzunehmen Haben wir gewonnen? Haben wir gewonnen? Und Attacke Die dürfen jetzt unsere Base nicht einnehmen Das wäre so assi jetzt gerade Nämlich unsere Homebase, ey Wir können nur alles richtig machen Wir können nur noch gewinnen Oh, es holt sie euch Wir können auf jeden Fall respawnen, wenn ich reinkomme Immer wieder respawnen Immer wieder respawnen Sie haben keine schon Immer wieder respawnen Ey, yo, wir haben gewonnen Gut, ich spiele auf easy Sorry, ich bin stolz Nein Immer wieder respawnen Ja, wir haben gewonnen Juhu Dank fürs Zusehen Ich wünsche euch einen schönen Tag Einen guten Morgen Und einen noch besseren Abend Ich bin hier mit raus Peace Peace